servus liebe leute heute ist eine weitere folge clash of clans your best defense was ist your best defense ich zeige euch drei basen jeweilige ratos stufen heute ist ratos 8 an der reihe und ihr könnt sie euch nachbauen und ich sage meine meinung kurz dazu in ein zwei minuten also die erste base grundsolide aus da beim ratos wahrscheinlich auch noch die tesla stehen auf jeden fall empfehlen habe ich mir davor schon ein bisschen angeguckt aber die clambrück wird halt vernachlässigt hat halt zur folge dass die truppen irgendwohin laufen aber das nur so weil sie gerade abgegräbt wird gehen wir zur nächsten diese base sieht eigentlich auch nicht schlecht aus aber ich weiß nicht ob sie so sinnvoll ist aber ich habe sie mal mit rein genommen als blumenähnliche schon eigentlich ganz nett aussieht als base wenn man sowas sind kriegt zum bauen ist halt recht auch wenn ich zum nachbauen aber könnt ihr ja mal machen und auf jeden fall dann die empfehlung clambrück in die mitte und wir kommen zur letzten base dass eine minute nur das video krass zum letzten base dass es auch wieder sehr gut da steht die clambrück in der mitte und ist alles am besten aufgeteilt alles in allem würde ich sagen diese base hier und die erste base sind die besten baut auf jeden fall mal beide nach und sagt in den kommentaren wie sie gelaufen sind und ich denke viele von euch sind ratos 8 also haut mal rein und viel spaß mit den bases haut rein bis dann so 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020